Was ist der Gedanke vor mir sehr schön? Ja, weil ich den Gedanken vor mir sehr schön finde. Also ich glaube, es ist extrem wichtig und im Kontext der Semester spreche ich hier immer von einem Zusammensetzspiel, dass wir wirklich zusammen irgendetwas Grosses erreichen können. Da muss schlussendlich eben wie ein Zusammensetzspiel jedes einzelne Teil ineinander greifen und zusammen kann dann extrem viel Grosses und Schönes entstehen. Darum bin ich sehr gerne bei dieser Aktion und bei dieser Stiftung dabei. Danske tekster af Jesperney Jai.